Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um das offizielle Kramaschub Kryptosystem, das auch wirklich dann am Ende in CCA2 sicher ist, was auch bedeutet, dass es nicht mehr malleable ist. Das heißt, dieser Angriff, den wir hier das letzte Mal ausgeführt haben auf Elgamal, den ihr auch auf Kramaschub Lite ausführen könnt, der geht dann nicht mehr. Und das ist wirklich das, was wir von einem Kryptosystem wollen. Das ist wirklich auch das Kryptosystem, was momentan relativ gerne eingesetzt wird und ziemlich sicher auch ist, zusammen mit RSA natürlich, beziehungsweise mit dem Einsetzen, weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall das, was auf jeden Fall richtig schön sicher ist. Okay, wie funktioniert dieses wunderbare Kryptosystem? Ja, also wir machen hier oben erstmal noch was mit unserem Secret Key, der wird dann noch ein bisschen größer werden und zwar sagen wir A' und B' brauchen wir jetzt auch noch drin und dann machen wir noch auch dasselbe im Prinzip mit unserem Public Key hier. Also wir hatten ja hier im Prinzip immer Generator 1, also wir hatten hier Generator 1 und Generator G', also Generator 2 sozusagen, hatten wir jeweils multipliziert mit zwei Exponenten hier. Das heißt, Generator 1 hoch X, Generator 2 hoch Y, Generator 1 hoch A, Generator 2 hoch B und dasselbe machen wir jetzt im Prinzip auch mit A' und B' und packen das Ganze als dritten Public Key hier hinten dran, indem wir hier sagen A' und B'. Das, was wir hier hatten, das braucht ihr im Prinzip nicht, man kann nur den Generator G' als Generator 1 darstellen, ich kann das auch einfach mal hier rüber holen, als Generator 1 hoch irgendeine andere Zahl, aber diese irgendeine andere Zahl ist im Prinzip irrelevant für uns. Wichtig ist nur, dass wir zwei verschiedene Generatoren haben, die nicht gleich sind. Okay, so, was wir jetzt hier an unserem Chiffrat ändern wollen, ist folgendes, wir brauchen jetzt hier noch einen Hashwert, denn dann können wir sagen, okay, das Kryptosystem, wenn es malleable ist, dann muss auch eine Hash-Funktion gebrochen werden, deswegen definieren wir uns jetzt hier oben erstmal eine Hash-Funktion, oder wir definieren uns nicht die Hash-Funktion selber, wir sagen einfach nur ein Wert, klein h ist gleich, so und jetzt packen wir da einfach mal in unsere Hash-Funktion gewisse Dinge rein. Also, wir sagen irgendeine Hash-Funktion, zum Beispiel Char 3 oder sowas, oder keine Ahnung, ja, Char 3, sagen wir jetzt einfach mal, und hier packen wir folgendes rein, nämlich den ersten Teil vom Chiffrat, den zweiten Teil vom Chiffrat und den dritten Teil vom Chiffrat, nur den vierten nicht. Das heißt, hier steht im Prinzip, das bedeutet Konkatenation, ups, sorry, und natürlich wieder mal, das bedeutet Konkatenation, das heißt, wenn das eine fertig ist, machen wir einfach das andere rein, also im Prinzip einfach hintereinander hängen. So, wir berechnen uns also die ersten drei Teile von unserem Chiffrat, packen die in eine kryptografische, sichere Hash-Funktion h rein, und das war es eigentlich auch schon. So, und jetzt lassen wir auch die ersten drei Teile vom Grammaschub-Leitverfahren komplett gleich sein, die verändern sich nicht mal. Das Einzige, was sich jetzt verändert, ist, ich mache hier bei meinem vierten, nehme ich einfach noch ein PK3 hintendran, also mal PK3, och, komm schon, echt jetzt, mal PK3, und dieses PK3 potenziere ich jetzt mit meinem H, aber nur das PK3, Vorsicht, nicht alles, sondern nur PK3. Okay, und das Ganze wird dann noch mit R potenziert, das heißt, was hier steht, ist jetzt im Prinzip, wir nehmen G hoch A mal G hoch B, G Strich B, äh, mal G Strich hoch B, das ist PK2, multiplizieren da dran diesen Public Key, den wir aber vorher noch mit dem Hash-Wert hier potenziert haben, und die beiden zusammen potenzieren wir dann mit R. Ja, das ist jetzt mega kompliziert, aber das geht auch darum, dass man das nicht so einfach brechen kann, das heißt nämlich, wenn wir hier irgendein, äh, also wenn wir diesen Angriff durchführen, dann müssen wir hier was dran multiplizieren, also irgendein G hoch R Strich wird dran multipliziert an mein Schifrat 1, das kann ich ja hier durchaus noch tun, hiermit kann ich das auch machen, ist alles kein Problem, hiermit kann ich es auch machen, aber wenn ich hier was dran multipliziere, dann muss ich den Hash-Wert hier kaputt machen, denn hier steht G hoch R drin, also das R, nicht R plus R Strich, sondern wirklich R steht hier drin, und hier steht auch R drin, und hier steht auch R drin, und die Nachricht selber kann ich auch nicht mehr manipulieren, dann müsste ich nämlich eine Kollision von dieser Hash-Funktion finden, Und das ist der neue Trick sozusagen, wir packen es einfach in eine Hash-Funktion, und dann kann man es hier nicht mehr verändern, so, und wenn wir das so haben, dann müssen wir natürlich auch unsere Verifikationsgleichung hier anpassen, damit sie Grama-Schub gerecht ist, äh, und nicht mehr nur Grama-Schub bleibt, das heißt, wir wollen hier, ähm, C1 hoch A, aber nicht nur C1 hoch A, sondern wir definieren uns unseren Hash-Wert wieder mal, und das Schöne ist, den, den Hash-Wert, den kann jeder ausrechnen, das ist ja einfach von unserem, ähm, von unseren ersten drei Schiffraten, also C1, C2 und C3, daran ändert sich ja rein gar nichts, die sind ja 1 zu 1 übernommen aus Grama-Schub bleibt, und das kann ja jeder hier berechnen, C1, C2, C3 habe ich ja hier gegeben, weil wir ja hier komplett C bekommen, so, und dann sage ich hier ganz einfach, ähm, wenn mein C4, also dieses ganze Gedöns hier hinten, gleich C1, also dieses C1 hier vorne, G hoch R, ähm, aber jetzt Vorsicht, Plus, ich schreibe oben im Exponenten weiter, Plus H mal A Strich naja, was ist jetzt H, was ist A Strich? H ist der Hash-Wert, den wir hier oben definiert haben, A Strich ist hier hinten in unserem SQL-Key drin, das heißt keine Magie oder sowas, wir können es einfach ausrechnen, selbiges mache ich mit meinem B, oder mit meinem C2, hoch B, plus ähm, H mal B Strich das ist im Prinzip einfach nur deswegen passiert, weil wir hier eben PK2 benutzen, aber nicht einfach nur PK2 hoch R, sondern PK2 mal PK3 hoch H, hoch R rechnen, deswegen müssen wir das so ein bisschen, ähm, manipulieren hier, dann sagen wir, wenn das so gilt, ähm, dann sagen wir, dass M gleich C3, äh, durch C1 hoch X, C2 hoch Y ist, das bleibt gleich hier, aber ansonsten, falls diese Gleichung hier halt nicht gilt, dann, ähm, ja, schmeißen wir alles weg, sozusagen okay, jetzt, warum ist diese Gleichung hier oben richtig, ich glaube, das Auflösen, das mache ich tatsächlich nochmal mit euch, ich schreibe jetzt hier einfach hinten dran weiter, das ist eigentlich sogar die Correctness, ähm, für den Fall hier unten hatten wir das schon gemacht, das werde ich jetzt nicht nochmal machen, aber für den Fall hier oben machen wir das einfach nochmal, okay, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, C1 und C2, naja, das ist G hoch R und G Strich hoch R, ja, das heißt G hoch R, ach, komm schon, G hoch R mal, so, Vorsicht, das hier muss in Klammern, das ist ganz wichtig zum Auflösen dieser Gleichung, und das hier ist G Strich hoch R, ja, sei nicht so intelligent, sag ich immer wieder, aber es hört nicht auf mich, und hier brauchen wir auch wieder Klammern drumrum, so, jetzt haben wir hier gesagt, wir können dieses G Strich auch als ein G hoch R darstellen, wobei wir dieses G hoch R nicht mal kennen müssen, das heißt, wir können das hier dann zusammen in einen Exponenten schreiben und hier einfach noch ein E mal vorne dran machen, okay, so, und jetzt können wir R ausmultiplizieren, das heißt, wir können sagen, R mal all das, ähm, bis hier vorne hin, hier das R muss natürlich auch raus, das sind ganz normale Mathe-Regeln, einfach hier ausmultiplizieren, so, jetzt können wir hier aber auch sagen, ähm, dann können wir auch zuerst, also können wir einfach das hier auf G berechnen, also wir können zuerst hier das G berechnen und danach hoch R rechnen, so, und jetzt lösen wir das wieder zurück auf, nämlich hoch R ist ja im Prinzip dasselbe wie G Strich, so, also haben wir hier stehen, G hoch A plus H mal A Strich, G Strich, ähm, B plus H mal B Strich hoch R, okay, das sieht jetzt schon ein bisschen mehr nach dieser Gleichung aus, wir wollen ja am Ende auf diese Gleichung hier rauskommen, ähm, was wir jetzt hier noch stehen haben, ist dieses dämliche H, das irritiert so ein bisschen und deswegen lösen wir mal diese Plusse hier auf, ich mache mal die Klammern hier weg, die brauchen wir nämlich eigentlich auch nicht mehr, so, die Klammern dürfen wir ja auch weg machen, okay, jetzt haben wir hier G hoch A plus H mal A Strich, das bedeutet, hier steht im Prinzip, G hoch A mal G hoch H mal A Strich, und hier steht G Strich hoch B, G Strich hoch H mal B Strich, so, jetzt darf ich die so umordnen, wie ich das ganz gerne hätte, einfache Mathe-Regeln, das Ganze ist kommutativ und assoziativ und alles drum und dran, das heißt, hier steht G hoch A, G Strich hoch B, G hoch H mal A Strich, G Strich hoch H mal B Strich, buh, okay, H kann ich jetzt hier auch ausklammern, weil ich habe ja hier wieder mal diesen wunderbaren E-Faktor drin, also dieses plus E mal H mal B Strich, das heißt, ich kann hier wieder dasselbe machen, was ich mit meinem R vorhin gemacht habe und hier H einfach rausschmeißen, also, nein, das sollte natürlich oben sein, im Exponenten, und das hier mal H, so, und jetzt mache ich das Ganze wieder rückgängig und schreibe das wieder als G und G Strich, also hier als G Strich und darum die Klammern setzen, nicht vergessen, so, und jetzt habe ich hier das hier, das hier hoch H, also das hier drin hoch H und das hier draußen, okay, naja, was ist denn das, G hoch A mal G Strich hoch B, G hoch A mal G Strich hoch B, das ist PK2, das ist, was ich hier habe, PK2, so, und jetzt haben wir hier G hoch A Strich, G Strich hoch B Strich, das ist PK3, und jetzt steht hier plötzlich PK2 hoch, äh, mal PK3 hoch H, die Klammern kann ich ja hier im Prinzip weglassen, ups, und hoch R das Ganze, und das ist genau das, was hier hinten steht, das heißt, wenn diese Gleichung hier erfüllt ist, dann ist das hier alles korrekt berechnet worden, so funktioniert das im Prinzip, ähm, das war, ja, warum ist das jetzt so korrekt, wie ich es gemacht habe, ähm, und dieses Verfahren hier ist tatsächlich in CCA2 sicher, ihr könnt es gerne mal probieren, dieser Angriff hier, den wir auf Elgermail im letzten Video gemacht haben, dass wir hier einfach unser eigenes Schifrat drauf multiplizieren, ähm, das funktioniert nicht mehr, weil dann müssten wir nämlich diesen Hashwert H hier fälschen, also PK3 hoch H bereitet hier diese Mega-Probleme, wir müssten H fälschen können, was, ähm, einfach nicht geht, weil wir eine kollisionsresistente Hash-Funktion haben, könnt ihr gerne mal in der Playlist schauen, da habe ich auch noch was zu Hash-Funktionen gemacht, und deswegen ist das Ganze hier in CCA2 sicher, und das ist sozusagen der höchste Sicherheitsstandard, den man so gerade aktuell erwarten kann, ähm, ja, aber natürlich ist es nicht immer so sicher, sondern nur, solange die Diffie-Helman-Annahme gilt, ähm, was mit Quantencomputern schon wieder ein bisschen kritisch werden könnte, deswegen schaut euch auf jeden Fall noch die weiteren Videos an, wie zum Beispiel McElise, und lasst ein Like da und ein Abo, ich freue mich immer drüber, okay, dann bis zum nächsten Mal, ciao!